Hallo und willkommen bei vielblauem Nichts Nummer 218. Ich nehme schon wieder deutlich später auf, als ich eigentlich wollte und sollte, aber es kam halt Zeug dazwischen, kurzfristig und unerwartet, aber macht nichts. Also gehen wir es an, schauen wir mal wie lang es wird. Ich glaube wahrscheinlich eh wieder länger als ich denke, aber sonst hätte ich gesagt eher vielleicht nicht ganz so lang, weil diesmal ein bisschen weniger los ist, aber dafür ist bei YouTube und überhaupt. Gucken wir mal, also gehen wir es an, gehen wir erst die YouTube-Kommentare an. Erstmal die, die ich zuordnen kann auf die aktuellen Videos, da war das bla. Da meint der MT Elite, wenn man seine Box an der Packstation aufmacht, dann die ist leer. Sachen gibt es, lachende Szenen vor Lachen, Smiley. Naja gut. Togio meint, ja, hat er auch ziemlich verdurztes Gesicht gemacht, dass er die gehende Leere sah, das glaube ich gerne. Und der Heinrich Linkel meint, was ist denn nur los mit den Paketdiensten? Naja, das ist eine gute Frage. Die sind halt alle unterbezahlt und übergestresst wahrscheinlich. Wobei er jetzt hier auch bei uns im schönen Meerigen jetzt DHL mit Briefpost gekoppelt wird, immer mehr. Deswegen fahren die Postbooten jetzt alle mit dem Auto rum seit einiger Zeit. Was eigentlich auch komisch ist. Man wundert sich. Aber die letzten zwei Pakete, die ich bekommen habe, die kamen schon noch mit dem normalen DHL. Das nächste aus Japan kommt auch mit DHL als Express. Das ist eine andere Baustelle. Dafür hat DHL, ja, meine Amazon-Bestellung einen Tag lang quasi zur Gaudi in Osaka liegen lassen, bevor es weiterging nach Hongkorn. Weil eigentlich jemand anderen weiß, der hat auch am kleinen Tag was bestellt. Das wurde auch aus Osaka verschickt. Das ist aber schon auf dem Weg nach Leipzig jetzt. Also es hat einen Tag Vorsprung und ich habe keinen Schimmer, warum. Ob da, naja, ist ja wurscht. Aber hauptsächlich, es kommt an. Normales funktioniert sehr gut. Es ist auch nichts Wichtiges. Ein paar Visual Novels, die es bei uns. Noch eine davon gibt es sogar im E-Shop. Aber für den gleichen Preis. Und dann kaufe ich es mir doch lieber verpackt. Gleichen Preis mit, wohlgemerkt, mehr oder weniger gleich Preis, wie ich jetzt zahle, mit Steuern und Versand. Express Versand. Gut, Steuern sind eigentlich Hinfälle. Da rechnen ja die Japanischen raus. Aber der Versand ist natürlich noch dabei. Egal. Jedenfalls, ja. Dann hatten wir am Montag die S-Files 5 natürlich, wo ich ganz wichtige Themen philosophiert habe. Nämlich, wer es noch nicht gesehen hat, warum zum Henker sieht das neue Pringels-Logo so kackhässlich aus. Das alte war jetzt auch nicht Gott, aber das neue ist schlimm. Der MT-Lite meint, ja, das neue Logo sieht absolut langweilig und spektakulär und hässlich aus. Beim Durchgang im Rewe war der Schock groß. Es gibt es ja schon eine ganze Weile. Aber jetzt, also ich habe es schon vor längerem mal gesehen. Aber jetzt ist es inzwischen so, dass man jetzt wirklich keine alten mehr findet. Außer man geht in einen Thomas Philips, die gerade Reste-Rampe verkaufen von irgendwie der Goal-Aktion vom Vorjahr zum Beispiel. Aber ja, schlimm. Der Düsi meint, oh, wo ist der Bus? Und dann sage ich dir, hier, such dir einen Finger aus, du Sau. Er meint, okay, das ist ihm bis heute noch eingefallen. Vielleicht hat er sich so geschämt, dass er keine Mail deswegen geschickt hat. Weil das ist von vor drei Stunden, das war kurz vor der Deadline. Mail habe ich keine bekommen. Schäm dich. Na gut. Okay, das war vielleicht etwas böse, meint er. Aber es ist ihm gar nicht wirklich aufgefallen. Warum sollte er auf das Logo gucken? Er weiß ja, was ihn erwartet. Er will ja den Inhalt haben. Also bitte. Wenn man das nicht sieht, dass das Ding jetzt anders ausschaut. Ich meine, wenn man ja, gut, man könnte sagen, ich weiß ja, wo es im Regal steht. Dann schaue ich lange nicht blind hin und orientiere mich nur an der Farbe. Aber das merkt man auch wirklich den Unterschied. Weil es ist einfach, naja. Jetzt aber bei genauer Betrachtung findet das neue Logo eigentlich recht schick in seiner Schlichtheit. Oh Gott. Ja, du bist schuld an so Scheiß. Vielleicht meint Pringl es ja damit noch ein paar neue Zielgruppen zu erschließen. Den Absatz wird das nicht schaden, da ja jeder das Produkt kauft auch schon lange kennt. Ja. Natürlich ist da mit Sicherheit Marktforschung dahinter. Also niemand verändert sein Logo mit der Absicht, dann weniger zu verkaufen. Das ist ja klar. Aber mir fällt, es gibt offensichtlich irgendwelche modernen Designphilosophien, die in die Richtung gehen, möglichst schlicht und simpel und billig aussehend ist, das finden die Leute toll. Vielleicht weil Geiz ist geil. Weil die Pringl es werden immer teurer und das Logo wird immer billiger. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber, äh, ja. Nein, es ist einfach hässlich. Was sonst. Und dann meint er hier noch so, das war jetzt auch quasi sein Blah. Aha. Er hat natürlich wirklich was zu planen, außer das Horizon verbitten, was immer noch geil ist. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ja, ein Glück, dass ich es gefunden habe, sonst dann, äh, und jetzt aber natürlich erst lese, bevor ich mich schon beschwert habe. Aber auch gut, weil, ähm, jedenfalls das Logo ist hässlich. Ähm, übrigens zum Thema Preissteigerung. Ich habe, diese Woche hatte der Lidl Schwibbschrapp im Angebot für 9,50 Cent, was gut ist. Aber, da haben sie das Schild nicht ausgetauscht, da sehe ich, ups, Schwibbschrapp kostet seit neuestem 1,19 Euro beim Lidl. Also zumindest beim Lidl, bei den anderen wahrscheinlich auch, da findet man ja kaum nochmal eins. Das ist mal knackig. Ich meine, Inflation, ja, ich habe es gelesen, 7 Prozent, aber das ist eine Preissteigerung von 20 Prozent. Das ist mal echt, also, das kann mir auch keiner zählen, dass jetzt irgendwelche Rohstoffe aus dem Osten fehlen, um eine braune Gesöffbrühe hoch zu züchten. Das mag ich nicht glauben. Das ist aber ein willkommener Anlass und jetzt kann man ja sagen, die Inflation ist schuld. Aber 20 Prozent ist echt sau viel, weil früher gab es immer Sprünge von 5 Cent, so, stufenweise. Und bei, ich meine, ich weiß, wir sind, unser Heft ist ja auch fast 10 Prozent teurer geworden bei letztens, aber das ist halt wirklich, Papier ist kackteuer. Das war es schon vor Russland und Ukraine, ups, das war schon wegen dem ganzen anderen Rest. Aber Getränke, das ist echt knackig. Also, ich meine, ich kaufe es ja eh normalerweise nur, wenn es irgendwo im Angebot ist, was ja meistens vorkam. Jetzt wird es immer selten, jetzt habe ich mich ein bisschen umorientiert. Ich trinke tatsächlich jetzt wieder relativ viel Wasser und relativ wenig Schwippschwapp. Ist auch interessant, wenn man nur Wasser trinkt, dann trinkt man so viel weniger, weil Wasser langweilig schmeckt. Dann gewöhnt man sich schnell an, aber egal. Das war ja gerade ein Schluck Wasser. Jedenfalls, das ist heftig. Aber ich habe mal geguckt, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich Coca-Cola und Co. nicht kaufe normalerweise, aber das kostet auch 1,50 für ein 1,5 Liter. Ich meine, Coca-Cola ist immer schon teurer gewesen als Pepsi und Schwippschwapp und Co. Aber ich meine auch mehr so ein 1,25, 1,30. Die sind also auch ordentlich hochgegangen, bloß, dass es halt nicht prozentual gesehen ein bisschen weniger mehr ist. Aber naja. Egal. Der Tokio meint dann noch. Ehrlich gesagt findet er das neue Design auch nicht wirklich ansprechend. Von Pringels ja mir jetzt wieder. Aber er hat zumindest ansehen, nicht als das neue. Ne, halt, er findet das alte Design auch nicht wirklich ansprechend. So rum. Natürlich, jetzt ergibt der Satz Sinn. Ja, das stimmt schon. Geil war es nie. Aber es war halt trotzdem besser einfach. Dieser Trend, neue schlichte Design zu verwenden, gefällt dir in den meisten Fällen auch weniger. Mein Reden. Und spätestens, wenn aus dem goldenen McDonald's M ein stinknormales Serif M wird, gefriert die Hölle. Warten wir es ab. Der Bumsi meint, ja, das perverse Burger Design. Achso, nee. Der MT Elite meint, gibt aber auch positive Beispiele. Burger King hat sein altes Logo zurückgeholt. Und der Bumsi meint, ja, das perverse Burger Design. Ah, okay. Was mich übrigens jetzt, äh, mich wundert, warum sortiert YouTube die ersten Antworten chronologisch von neu nach alt, aber die Antworten auf eine Antwort, die wird von alt auf neu sortiert. Und offenbar, sonst ergibt das keinen Sinn hier. Naja, warum auch immer. Ähm, ich hab echt keinen Schimmer. Bei Burger King muss ich ganz ehrlich zugeben, dass mir jetzt nicht viel einfällt, äh, wie, wie das vorher und nachher aussah. Aber es ist, glaub, also im Kopf ist es schon mal recht schlicht, aber zumindest ist es nicht so abstoßen wie das jetzt hier. Aber egal. Gut. Dann hatten wir das letzte Eating, das dachte ich. Das letzte Eating von Dominique, seinem Asienfress- und Trinkpaket, nämlich die Paldovocano Chicken Nudel, die ich nach Anleitung gekocht habe mit viel Aufwand, also Wasser vorkochen, neid tun, kochen lassen, rauskippen, abkippen und so weiter, ging einigermaßen erfolgreich, würde ich so mal mich loben wollen. Gut. Und der MT Elite meint, na langsam wird ja hier richtig gekocht. Und nächstes Mal gibt's Schweinebraten. Ja. Ja. Und der Torge meint Ulrichs feuriges Kochstudio. Ja, gebrannt haben diese Nudeln, das ist wohl wahr. Dann hab ich getrunken, ein Candy Can Sparkling Bubblegum Drink, von dem es beim Action gibt. Den gibt's immer noch. Das Video ist uralt, aber diese Sorte gibt's immer noch. Ich hab's die letzte Woche gesehen wieder. Kann nur sagen, nö, wenn ich's richtig im Kopf hab. Äh, der MT Elite meint Candyman. Nein, ja, nicht ganz, sag ich jetzt keine fünfmal. Der Torge meint, konntest du nach dem Konsum Kaugummiblasen machen? Nee, nicht wirklich. Ich hab lustigerweise gestern, äh, den 4-Bro Ice-T Bubblegum auch nochmal getrunken, den ich mir versehentlich gekauft habe, weil ich den ja schon mal hatte. Dann hab ich nicht gewusst, wen hab ich schon, hab beide Varianten mitgenommen, die da waren. Und der war eigentlich ganz gut. Der hat echt ordentlich geschmeckt. Aber da konnte ich auch keine Seifenblasen machen, äh, Kaugummiblasen. Und der Aldi meint, es gibt auch noch die Geschmacksrichtung Zuckerwatte und Marshmallow von Candycan. Das ist interessant. Nicht bei unserem Action hier vor Ort. Aber Zuckerwatte kann ich mir vorstellen, aus Gründen, die sich bald aufklären werden. Und Marshmallow hab ich ja auch schon verschiedentlich gehabt. Also es könnte beides ganz akzeptabel schmecken eigentlich. Aber müsst ihr erst mal irgendwo sehen. Ja, mal schauen. Und dann das letzte Video, diese Woche war dann noch auch ein Eating. Tatsächlich, äh, passt gut. 4-Bro, die Brogy Balls. Und zwar die Cheese Chalapeno Variante. Ja, die waren okay, wenn ich es in den Kopf hab. Der MT-Lite meint, der schlimmste Begriff der Neuzeit, Bro. Und der Tokio meint, Yo-Sis. Bro-Sis war eine ganz wichtige Band, wie wir ja wissen. Hat immerhin einen absoluten, hat zwei große Stars hervorgebracht. Den guten Ross, der ja Schlagerstar ist. Und den guten Giovanni, der jetzt Fernseh- und italienischer Schlagerstar ist. Hätte man auch nicht gedacht, glaube ich, dass man aus einer verblichenen Casting-Band das wird. Aber so hat sich offensichtlich jetzt funktioniert. Also, ich find, es gibt flimmere Wörter. Babo zum Beispiel. Die gibt's nicht auch im MS-Gebrauch. Ich hab, das gibt irgendwie so eine Babo-Pizza oder Checker-Pizza. Oh Gott. Naja, egal. Und der Aldi meint, cool Video, Bro. Ja, find ich auch. Danke. Und der Tokio meint auch noch, Ulrich hat eine Handvoll Balls. Ja. 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 Ich hab große Balls. Oder viele Balls. Naja, egal. Gut, das dazu. Dann sind diverse alte Videos kommentiert worden, wo ich hoffentlich jetzt keins übersehe. Der MT Elite hat letzte Woche knapp verpasst, dass bei einem aber schon älteren Drink ging. Nämlich hat jetzt zu dem Mogu-Mogu Blackcurrant-Flavor-Drink. Hat er gemeint, er hat das Zeug jetzt auch gekauft. Schmeckt echt geil. Da sind wir uns, glaube ich, alle geilig. Äh, geilig. Oh Gott, eilig. Dem ist so, ja. Dann, da Heinrich Hinkel meint, zum Lay Spicy Greyfish-Flavor, was es nicht so alles gibt, sollte er auch mal beim Asiaten vorbeischauen. Das hab ich immer noch im Plan. Ich hab's jetzt immer noch nicht gemacht. Und die nächste Zeit weiß ich nicht, ob ich's jetzt mach, aus Gründen. Aber ich werd nicht auch mal einfach neugierig sein. Aber, ja, lohnt sich. Nicht unbedingt für diese Chips, aber für einen Mogu-Mogu-Flavored-Drink, kann ich dir sagen. Da lohnt sich's, denke ich. Ja. Und dann meint er noch zu Duplo-Cocos-Summe-Edition. Die Sondersorten von Duplo sind alle nicht berühmt. Geldmacherei. Ja, was heißt berühmt, aber man kann sie gut essen. Das kann man, glaube ich, einfach neutral sagen. Man muss vielleicht nicht unbedingt haben. Aber ich fand die Kokos ja auch ganz nett. Passt schon, finde ich. Dann haben wir noch, der MT Elite hat sich ein beliebiges altes Let's Play rausgepickt. Das Piratspiel sagt, wann kommt mal wieder ein Let's Play, wird mal wieder Zeit. Ich sag mal so, ich hab hier einen Vorrat für diverse Episoden, aber das liegt ja an, mein Gott, Thomas ist ein vielbeschäftigter Mensch. Wenn er nicht grad was tut, dann ist er im Urlaub, wie jetzt grad wieder. Fragt mich auch, Wahnsinn. Der war doch erst im Urlaub, jetzt ist er schon wieder im Urlaub. Mei, also er muss die Zeit haben. Ich könnte, aber alleine möchte ich nicht und mit irgendjemand anders einfach so vor die Kamera wuchten. Da bin ich mir nicht sicher, ob das dann so toll funktioniert. Mei, also ich denke, irgendwann wird es schon mal klappen. Gut, das letzte ist, glaube ich, jetzt zweieinviertel Jahre her. Das wird die Sausage gewesen sein. Irgendwann klappt es schon mal wieder. Schauen wir mal. So, dann hab ich hier noch nichts und dann, das ist das. Warum hab ich das überlesen? Warum stand das nicht unter dem Video? Hier ist es doch, der Bumsi hat noch geschrieben, ist die junge Generation nicht eher auf Fortnite bunt zum Thema Pringels-Logo? Oder ich hab's übersehen, wie ich's vorgelesen hab. Ich bin jetzt grad verwirrt. Ja, gute Frage. Eigentlich ja, aber offenbar dein. Wer weiß das schon. Dann... Da Aldi hat sich durch den ganzen Schwung alter Videos geguckt, offensichtlich gestern. Also, das Fast-Schweinkram für Switch-Unboxing meinte, das wird übrigens Bisho Joe ausgesprochen. Aha, wieder was gelernt. Gut. Dann bei den Let's Play Spicy Grayfish Flavor meinte, auf der Packung steht Grayfish. Das ist korrekt. Ich hab auch nie was anderes behauptet, oder? Ja, die Überschrift war falsch. Wobei ich mich auch wunder, weil nämlich in meinen Unterlagen, in meinen Dokumenten, wo ich meine Historie verwalte, da steht's korrekt drin. Deswegen bin ich mir nicht sicher, warum's im Titel falsch war. Jetzt natürlich nicht mehr. Also, du hast das eh nur geträumt. Dann, zum What the Fanta Pink. Die blaue und die pinke Fanta sehen aus wie die Flüssigkeit, in der Umbrella den Giro-T-Virus aufbewahrt. Okay. Ja. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Resi-Checker. Macht ja nix. Dann, zum Duplo-Cocos-Summit. Ich meinte, der Kokos passt super zu vielen Snacks. Sein Liebling ist zurzeit Kokos-Riegel von Knoppers, den ich nicht kenne. Nee, klingt aber theoretisch essbar. Na gut. Und bei den S-Files hat er auch noch, auch das ist mir nicht aufgetaucht. Warum jetzt? Das sind First-World-Ulrich-Problems. Ja. Werde ich nicht widersprechen. Irgendwie habe ich vergessen, ein paar vorzulesen. Aber ich habe es hoffentlich alle erwischt. Gut. Dann. Das hat er noch. Das hat er noch. Gut. Jetzt muss ich mal gucken, warum ich hier... Ich bin neugierig. Warum habe ich das übersehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Weil ich vergessen habe, hochzuscrollen. Okay. Jetzt habe ich euch zwei aber auch noch aufgefangen. Sehr gut. Damit sind wir durch bei YouTube. Wie viel Zeit habe ich hier schon vollgepuffelt? Joa, 15 Minuten ist doch okay. Gehen wir die E-Mails an. Gehen wir sie in semi-chronologische Reihenfolge durch. Nämlich am Sonntag schon, glaube ich, hat mir der gute Dominik schrieb, Rodland Hurra. Danke für die Info, dass es Rodland auch für die PS4 im Store gibt. Das wusste er ja gar nicht. Viel wieder was gelernt, dank Kernspieler. Joa, kann passieren. Er hat es mal wieder gespielt nach knapp 30 Jahren. Dank an den YouTube-Videos konnte er es mit der Amiga-Umsetzung vergleichen. Ich muss sagen, wie es auch die veränderte Musik und die gar nicht ganz so weiche Pixel-Optik des Arcade-Orginals. Recht gute Arbeit. Joa, das ist auch eine Zeit- und Automaten-Ebene, wo ein Amiga auch hinbekommt sowas. Und lustigerweise, just heute, jetzt am Freitag, hat am Elf-Arcade die nächsten zwei Arcade-Module angekündigt. Keine Ahnung, ob das der Düsi schon mitbekommen hat. Nämlich Gaelco Nummer 2 mit einem Haufen Automaten, die es bisher nicht mal bei MAME gab. Sehr cool. Unter anderem World Relay 2. Und der Rest sieht auch ganz lecker aus. Und Galeco 1. Da ist unter anderem Rodland dabei. Und, äh, na, wo ist meine E-Mail? Gehen wir es mal kurz durch. Also, bei Galeco ist es dabei, Pecanic Maniac Square, hm, Squash? Squash ist cool. TH Strikes Back, Thunder Hoop 2, Touch & Go, das ist Beach Volleyball. Mal gucken, wie sich das dann spielt. Und World Relay 2. Bei Galeco ist dabei Rodland, wie vorerst gestellt. Der Astyanex, das ist auch die Tage erst. Also, bis auf 1 gibt es die alle als Arcade-Archives zum Downloaden bei Galeco. Aber macht ja nichts. Das ist dann natürlich unter dem Stich trotzdem viel wichtiger. 20 Euro für 8 Spiele ist schon mal besser wie 7 für 1. Rodland, der Astyanex, St. Dragon, Shooter, 64th Street, A Detective Story, Sci-Screw Globber, EDF, Earth Defense Force, Horizontal, Shoot'em Up. Avenging Spirit ist, glaube ich, auch ein Shooter. Sci-Battle habe ich vergessen. Und P-47, The Phantom Fighter, ist auch ein Shoot'em Up. Also, das sind zwei echt gute Mischungen, zwei echt gute Module. Die Galeco finde ich noch spannender, weil das halt Galeco-Automaten aus Spanien sind halt seltsame Dinge offensichtlich. Und eben, weil es die bisher noch nicht gab. Sehr schön. Aber gut, das ist doch schön. Dann hat er mir halt Bilder geknipst von eben diversen Rodland-Dingern. Die Store-Listung und die, das ist die Packung aus Japan, würde ich mal schätzen, von Megasystem. Was ist das dann? Oh Gott, oder ist das ein Flyer? Und dann noch ein Screenshot. Ja, ich kenne es ja, also es ist ein nettes Spiel. Jetzt besitze ich es dann ja auch bald mal wieder. Schön. Dann nehme ich gleich die nächste E-Mail. Die kam dann heute um Punkt 18 Uhr vom Dominik. Er meinte, hallo, jetzt hat er fast die Zeit vergessen. Freitag 18 Uhr, Deadline von Blah. Ja, korrekt. Na, dann jetzt hier noch schnell ein paar Zeilen. Hat ja wie letztes Mal geschrieben, Urlaub, soweit so spektakulär. Das Paket ist hoffentlich angekommen. Viel Erfolg damit. Das ist korrekt. Das Paket ist angekommen und deswegen gibt es am Montag ein Fanpost-Unboxing. Ja, habe ich schon aufgenommen. War sehr schön. Ich danke hier schon mal vorab. Und wir werden auch dann viele, viele Wochen Spaß mit diesem Paket haben. Hoffe ich zumindest. Ja. Und nicht auch hier schon mal vorgreifen. Nächste Woche gibt es dann noch zwei Eatings und ein Drinking. Und das Drinking hat, das wäre eigentlich sehr viel später gekommen. Ich habe es jetzt vorgezogen aus Gründen, die im Dominik einleuchten werden. Euch vielleicht auch, wenn ihr dann das Unboxing gesehen habt. So, das war jetzt Spannungsbogen Aufbau für Montag. Gestern hat er sich nochmal aufgemacht. Einmal in diesem Urlaub war es zu unternehmen. Er ist im Moviepark in Bottrop gefahren. Das letzte Mal, bestimmt zehn Jahre her, wo er dort war. Ja, es ist nicht sein Lieblingspark und eher so Klasse B insgesamt. Also eine Stufe unter Europa-Park und Phantasialand für ihn. Aber für einen Tagesausflug doch recht nett. Wetter hat er auch gepostet. Das ist natürlich nicht verkehrt. Für mich interessant, meint er vielleicht. Eine relativ neue Bahn von 2020 im Star Trek-Look. Dabei handelt es sich um einen Multi-Speed-Coaster mit toller Thematik. Nach der Fahrt landet man in einem Fanshop, der keine Star Trek-Wünsche offen lässt. Von Zahnbürsten über T-Shirt und Spock-Gummeohren. Alles dabei. Ja, mei, ganz nett. Mei, das ist natürlich... Es muss ja auch nicht jeder Park gigantisch sein, wenn er halt in Reichweite wäre. Sprich, ich komme da sicher nicht hin, weil Bottrop ist ein bisschen weit weg. Ich käme eher zum Europa-Park mal wieder. Phantasialand war ich vor 40 Jahren ungefähr. Nicht ganz. Einmal. Deswegen kann man es sich jetzt auch nicht mehr vergleichen. Und der Bottrop-Movie-Park war doch... Von wem ist denn der? Ich bin jetzt zu faul zum Schauen. Der war, glaube ich, hier noch nie so der Größte. Deswegen... Ja, aber ist doch schön, dass es sowas auch gibt. Schlusswort eine Grüße vom Dominik Meinter. Danke. Fotos. Kein Track. Der Star Trek-Achterbahn war echt stark gemacht. Sogar mit Originalbrücke. Schauen wir mal. Oh, ja. Lustig. Das sind die Next-Gen-Leute. Data, Crusher, LaForge und Picard. Stehen hier so und schauen. Und dann sieht man so die Brücke eben. Die ist ganz schön bunt eigentlich. Ganz ungewohnt. Echt. Ja. Fände ich auch ganz gut. Ritter Sport. Die neue Sorte kann man empfehlen. Augen auch beim nächsten Einkauf. Konnichiwa. Da kann ich auch sagen, das Video existiert schon. Mal gucken, wann ich es denn dann rausschmeiße. Ich glaube, ich spoilere ein bisschen. So ganz 100 pro bin ich nicht deiner Meinung nach der Fall. Aber macht ja nichts. Der erotische Witz der Woche. Noch. Was haben wir denn hier? Ruf mich an. Ich mache alles, was deine Frau nicht macht. Das ist so auf dem Fernseher. Und dann sagt die Frau, hey, du rufst doch da nicht wirklich an. Und er meint, doch. Ich möchte gerne mal Graupensuppe essen. Haha. Haha. Wow. Das ist ein Knallerwitz. Das kann man so sehen. Aber gut. Na gut, na gut. Wo bin ich? Da will ich hin. Ähm. Ja. Moment, ich habe mich verklickt. Ich bin gerade ein bisschen geistesabwesend. Aber ich habe es wieder gefunden. Gut, gut. Ich wollte schauen, wie weit wir sind. Äh, ja. Also doch. Wird vielleicht doch ein bisschen kürzer diesmal. Aber ich glaube, wir werden es verkraften. Dann ziehe ich jetzt vor der Diego. Der war eine Minute zu spät. Aber ich bin ja mal nicht so. Bin ja froh, dass er da ist. Gut. Konnichiwa. Das passt gut zur Schokolade. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ganz okay. Bin ein bisschen verwirrt. Ich habe gerade irgendwie meine ganzen Testaufgaben schon durchgetestet. Ein Spiel ist noch offen, weil ich da gerne noch Zweitmeinung einholen will. Weil ich glaube, der mir da ein Roguelike aufgeladen hat, was eher nicht so meins ist. Welch dann ließ Rogue Legacy, was ja heute rauskam. Das hat bergeweise Optionen, dass man das Spiel vereinfachen kann. Finde ich gut. Finde ich gut, sowas. Weil das, was ich jetzt spiele, das hat keine Optionen. Und sagt, ja, halbe Stunde pro Durchlauf Minimum. Und dann nicht speichern. Pech. Hast halt am Schluss nichts davon gehabt. Ja, danke, Arschloch. Das geht mir auf den Sack. Das Spiel an sich wäre echt gut. Aber sowas regt mich auf. Naja, egal. Hier wird bei ihm immer noch fleißig Körbe gezockt. Und nebenbei ein Handhelds und PC rumgeschraubt. Oh Gott, PC-Schrauben. Obendrauf hat er schon wieder zwei neue Emulations-Handhelds. Den PowKiddy A19. Besonderheit, man kann Spiele per Wi-Fi runterladen. Äh, ich bin nicht ganz sicher, was da jetzt so neu ist. Weil Wi-Fi benutzt ja jede Konsole mit runterladen. Gedöns. Aber gut. Ich schaue ja gerade bei mir ein Bild von PowKiddy. Das ist ein anderer, oder? Ne, das ist der. Das schaut aus wie ein bisschen wie ein Game Boy. Wenn man so will. Aber mit einem Analogstick zusätzlich. Und sechs Feuerknöpfen. Das ist eigentlich cool für... Klar, für Emulationen ist das cool. Nicht schlecht. Jupp. Und PowKiddy Q36 Mini. Den wohl kleinsten Handhelds ist, den er jetzt hat. Etwas fummelig, aber erstaunlich, wenn ein PS1 später draufläuft. Weil Handheld ist gleich Liebe. Bilder im Anhang, ja. Ich kann dir sagen, so wie sich das Ding aussieht, es geht kleiner. Der Game Gear Micro müsste noch kleiner sein. Der ist nicht ein bisschen kompakter. Nicht ganz so breit. Ich glaube, bei Amazon Japan gibt es auch noch vereinzelt Exemplare, die man sich kaufen könnte, wenn du viel zu viel Geld ausgeben willst. Der Herr Nickel hat sich ja mal eins gekauft, glaube ich. Und er fand es ganz okayisch. Ja, das ist schon krass. Stimmt schon. Er hat auch letztens seine kompletten Switch-Spiele in eine Excel-Liste eingehackt für die Übersicht. Ja, puh, da ist schon was zusammengekommen. Kommt drauf an. Ich bin bei... Wie viel bin ich jetzt? Moment. Schaue ich nach. Ich meine, du hast vielleicht ein paar mehr wahrscheinlich. Könnte gut sein. Ich habe zwar viele, aber ich kaufe ja die ganzen Indie-Geschichten, die ich als Download habe, normal nicht nochmal, weil ich da nicht einsehe, schon gleich ja gar nicht, wenn es das Dreifache kostet. Bis auf Ausnahmen, siehe Schmuddelkram natürlich. Das hat aber eher so Gimmickgründe, nenne ich es jetzt mal. Wobei ich gerade ein Schmuddelkram gespielt habe, ziemlich lang, was demnächst rauskommt und auch Retail existiert. Ja. Also ich habe... Oh, Moment. Ach so. Ja, also ich bin bei ein bisschen über 180. 183 steht hier. Nächste Woche kommen mindestens zwei dazu. Kann man machen, finde ich. Okay. Frage hierzu. Mache ich sowas auch? Ja, habe ich. Habe ich es noch nie erwähnt, dass ich meine ganzen Spiele alle mal erfasst habe in der Liste und auch mal die alten alle eingetippt. Das ist schon lange her. Und jetzt natürlich, wenn eins neu dazukommt, wird es eingetragen. Wir sind immer nur dumm, wenn man mal das vergisst und dann später irgendwann mal sortiert oder was nachschaut und feststellt, hoppla, da ist ein Spiel, das steht gar nicht drin. Und mein Startup auch nicht mehr rauskommt. Ich schreibe mal auf, wann ich es gekauft habe, weil es einfach praktisch ist. Ich habe aber nur tatsächlich System, also nach System, jede Seite ist ein System und dann halt noch Name, dann Länderfassung, was ja eigentlich bei neuen Systemen egal ist, bei alten aber nicht. Und dann halt noch wann gekauft. Einfach, damit ich es halt ein bisschen so dann, ja, ich einen Überblick habe, was ganz praktisch ist. Ja. Und für B, was schätze ich, wie viele Retail-Spiele bei ihm mittlerweile zusammengekommen sind. Auflösung das nächste Mal. Habe ich ja gerade gesagt, du kaufst, meine ich, mehr als ich an so, wie soll ich, ohne es böse zu meinen B-Warde. Also Indie-Spiele, Sammelzeug, dieses jenes. Ich habe, also ich konzentriere mich primär auf die Nintendo-eigenen Sachen, die nehme ich halt gerne mit. Und halt, und Japan-Importe, die es halt bei uns maximal als Download für mehr Geld gibt, siehe eben sowas wie die Grisaya-Trilogy zum Beispiel. Also die ganzen Visual Novels halt. Wenn sie englische Texte haben, dann werden sie Retail gekauft. Ja, sowas. Also würde ich jetzt mal, wenn ich jetzt 250 sage, ich sage jetzt mal 250, weil er meint, Auflösung das nächste Mal. Ja gut, dann schauen wir mal. Fragen. Besitze ich oder habe ich schon mal einen Google Home Mini oder Echo benutzt? Nein. Er hat selbst zwei so Google-Lautsprecher zu Hause in Verbindung mit YouTube Premium eine tolle Sache zum Musikhören. Nee. Was soll ich sagen? Nicht unbedingt, weil ich jetzt, wie soll ich sagen, wegen Privatsphäre oder so Angst hätte, aber ich sehe den Sinn und Zweck nicht, haben zu müssen. Als Mini-Lautsprecher ist natürlich der Ton. Und sonst sitze ich im Regelfall, wenn ich Musik höre oder daheim bin, entweder vom Computer, da habe ich zwei so Google-Lautsprecher, die ganz ordentlich sind oder halt auf der Couch. Und dann kann ich den ganzen Keys auch so bedienen oder halt im Zweifelsfall mit dem iPad. Und das, da muss ich dann nicht irgendwie großartig reinspringen. Mir ist schon klar, das Mikro, die Spracherkennung im Zwischenrecht gut funktioniert alles, aber ich bin auch mehr so der, ich blätter und schaue mal, was mich jetzt anspringt, Typ, wie gleich zu wissen, jetzt möchte ich das hören. Deswegen, ja, nee, habe ich, ich habe viel Schnickschnack, aber ich will hoffentlich endlich demnächst mal ein Playdate haben. Zum Beispiel, da freue ich mich sehr drauf, bin sehr gespannt. Aber dann kommt das Astro City Mini V natürlich als nächstes, da bin ich weniger gespannt, weil das Spiele nicht so meine Welt sind, aber es wird natürlich trotzdem gekauft, aus Prinzip. Gut, ja. Irgendwie kommt Graurig kaum was an Spielen, die uns richtig anmachen würden. Gibt es etwas bei mir, das bald kommt, wo ich richtig Lust drauf habe? Ja, wir sind gerade einen totalen, wir haben einen totalen Durchhänger, das stimmt. Also Retail ist echt ganz wenig los. Den Monat ist echt bitter. Wir füllen wieder ein bisschen auf, kreativ, mit Sachen, die erst ein bisschen später kommen und B-Ware, die man sonst nicht testen würde. Im Download-Bereich hält sich das auch nicht ganz. Ich habe, obwohl, ich habe ein paar Spiele jetzt hier gespielt, also ein paar haben mich sehr gestresst, aber ein paar sind echt gut. Also Tazumachi ist, na gut, das ist kurz und simpel. Blast Brigade hat mich ziemlich angemacht, das ist aber leider eins der schwereren Metroidvanias. Da habe ich schon echt Stunden geflucht und diverse andere Geschichten. Was kommt nächste Woche? Wildcat Gun Machine, das hat erstaunlich einen guten Eindruck. Simpel, aber effektiv. Ne, es ist so groß an, wo ich jetzt sagen täte, da bin ich total scharf drauf, dass wir jetzt unbedingt spielen. Schwierig. Ich meine, Live Alive, Live Alive heißt es wohl, würde ich mir gerne anschauen. Da bin ich aber nicht sicher, ob das ein Spiel für mich ist, aber es sieht halt hübsch aus. Ja, cool. AI The Somnium Files 2, das weiß ich, das dauert aber auch noch zwei Monate, bis es rauskommt. Das möchte ich auf jeden Fall haben. Da habe ich total Bock drauf. Ich hoffe, dass es so gut wird wie das erste oder ähnlich gut. Aber sonst, spontan fällt mir nicht so viel an. Von Nintendo kommt jetzt zum Glück ein bisschen was. Das Mario-Fußball werde ich wohl testen, deswegen, ja, mei. Aber ob ich es dann brauche, ist die andere Baustelle. Jo. Wie stressig wäre ein Umzug für mich? Er weiß, Umzug ist immer stressig. Ich bin meinen Lebtag noch nicht umgezogen. Ich wohne seit meinem allerersten Tag in diesem Haus hier. Das Coole ist, wenn ich umziehen wollte, ich habe mir, ich besitze ja eine Wohnung, die auch mittelfristig, das vielleicht mal erfüllt wird, die liegt Luftlinie 20 Meter weiter ungefähr. Also ich wüsste, hätte ich zumindest einen kurzen Weg, aber ich glaube, das wäre ein, ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde umfallen vor Stress, weil auch die ganzen Umstände ausräumen, einräumen. Und dann, ich habe ja tausend Sachen, die meine ganzen alten Spiele, die sind jetzt halt im Keller gelagert. Und wo soll ich die in einer kleineren Wohnung hintun? Die loszuwerden wäre auch so, oh Gott. Und äh, naja, nee, das ist alles, äh, ja, nein, ich möchte es mir gar nicht ausdenken. Irgendwann wird es natürlich passieren, weil wenn ich irgendwann in befürchtungsweise nicht mehr in endlich langer Zukunft mal meine Eltern nicht mehr da sind, dann wäre das Haus, würde ich alleine in einem doch richtig großen Haus wohnen, was alleine die Betriebskosten, naja, ich könnte es schon finanzieren, ich habe ja doch ein bisschen was, also zumindest eine gute Weile zurückliegen. Das kann man dann auch in den Hausbetrieb stecken, aber da fällt mir in die Decke auf den Kopf. So alleine in so einem großen Haus, das wäre auch nichts, aber naja, warten wir es ab. Welche Capture Card benutze ich für meine Videos und mit was für einem Mikrofon nehme ich auf? An das mit dem iPad erinnert es sich noch vage. So rein aus dem Internet erkennt es sich da nicht so gut aus. Ich auch nicht, das kann ich dir sagen. Also die Videos sind ja zu, also alles wo ich vor der Kamera stehe, ist jetzt heutzutage üblicherweise einfach ein iPad. Und dann wird das iPad intern in ein Mikro genommen, was eben, wenn das verstopft ist, je bei meinem neuen iPad, dann ist das ziemlich kacke. Beim alten gibt es kein Problem, deswegen ist einfach das iPad ein Mikro. Deswegen ist der Ton auch nicht besonders gut, natürlich. Aber ich habe ja mal so, dass ich vielleicht mal so ein Funk-Mikro dazukaufe, habe ich aber noch nicht. Also so ein richtig sinnvolles nicht, hier für Blah oder sonstige Voice-Over-Vertonungen habe ich einfach mal aus der Redaktion mir ein Headset geliehen, was man dann probiert. Das hat dann, siehe da, gleich funktioniert mit USB-Anschluss, was die Sache einfach macht. Tonqualität ist völlig ausreichend für das, was ich damit mache. Und seitdem habe ich das halt. Gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Also so ein richtiges, vernünftiges Mikro und sonst was habe ich nicht weiter. Die Capture-Card für die Videos, für die Intros und sonstiges, die ich ab und zu mal aufnehme, weil die interne Videofunktion der Konsole nicht gut genug ist und nicht das macht, was ich möchte, kommt ja mal vor, ab und an. Das ist eine Hapag, wie heißt es? Scheiße. Ich glaube, da gibt es ein Video in der Playlist 1.0, Kernspiel 1.0, wo ich drüber rede. Aber lass mich kurz gucken, ob das stimmt. Nicht, dass ich etwas Falsches behaupte. Hauptauge. Man schreibt, Hauptauge schreibt, man hat ganz blöden Namen, aber aussprechen tun wir es Hapag, glaube ich. Und ich habe mich wahrscheinlich vertippt. Nee, eine Rocket ist es, glaube ich. Hauptauge Rocket. Das ist so, das Besondere an der ist, dass man die nicht an den Computer hängen muss, sondern die, man steckt einen USB-Stick ein und greppt es. Das ist aber auch eine sehr alte, das war eine frühe. Die kann bloß 1080p und 30 Frames, also ist für moderne Konsolen eigentlich eh unterentwickelt, wenn man so will, aber für das bisschen Schmarrzeug, was ich mache, reicht es schon. Ich brauche jetzt keine 4K und 60 kaufen für irgendein Intro von Switch. Sowieso schon mal nett und sonst was. Ja, die habe ich mir damals vor ein paar Jahren halt zugelegt, wo ich noch ein bisschen ambitioniertere Pläne hatte. Die Retro Pine habe ich auch damit aufgenommen zum Beispiel. Aber auch da wieder, was willst du für Ansprüche stellen, wenn du eine T64-Emulation aufnimmst? Da brauche ich kein Full-HD, war es vielleicht sogar, was er ausgespuckt hat, weiß ich nicht mehr. Oder halt 60 Frames irgendwas, da tut es auch Billo auch. Und damit kann ich schon gut arbeiten und leben. Jo, okay. Das war die Frage. Ja, Picks Incoming, schauen wir gleich in diesem Sinne ein schönes, vor allem zockreiches Wochenende Peace. Ich bin noch nicht sicher, was ich mache. Also ich habe jetzt viel genug gespielt. Erstmal die letzte Zeit kann ich ein bisschen entspannen, weil es ist ja auch nichts da großartig. Wobei, das eine würde ich noch fertig spielen, dann muss ich für den Endboss noch grinden. So, jetzt habe ich hier eine Katzendame mit Katzenöhrchen oder Fuchsöhrchen und einem schwarzen Korsett, so Catwoman-mäßig, aber der Rest passt nicht dazu. Ganz nüt. Dann haben wir hier eine, nicht Peach, wie heißt sie, Bowserette oder Koopa-Dingsen, wie hießen sie? Jo, oh Jesus, also der Einteiler, der lässt auch nicht viel zum Fantasieren übrig da unten. Jesus, jo, jo. Dann haben wir hier eine, was ist das denn? Oh Gott, eine nackige, du Sau. Oh, post it on tits-guru.com. Okay. Ja, eine japanisch reinblickende, aus welchem Spiel auch immer das kommt, der ihr einen kurzen Röckchen und viele Lederstriemen um die Beine gewickelt und Handschuhe und oben die Lederstriemen sind wohl ein bisschen auseinandergerutscht, sodass die zwei Vorbauteile durchflütschen. Ganz ordentlich, ja. Ja, die hat was. Und dann haben wir nochmal die zwei Katzenmädels, die von vorhin mit einer Kollegin, die dann asiatische, Augenpartie, hat schwarze Haare und ein weißes Sako an. Ja, ganz nett. Ich danke dir. Jo, gut. Dann haben wir das. Und zum Finale kommt natürlich wieder, nehmen wir ihn dran, den Tokio. Der meint, DAL strikes back. Hallo, ich von seinem leeren Paketstationerlebnis, hat er ja letzte Woche erzählt, und dass das Ganze zum Glück unproblematisch gelöst wurde, mit sofortigem Geld zurück. Also eigentlich Haken dran und gut. Am Samstag dann aber bekam er von DAL erneut die Nachricht, dass eine Sendung in begasagter Pakstation liegt. Okay. Unter der ursprünglichen Sendung konnte er in der App aber nichts mehr verfolgen, nur unter dem Stichpunkt Paketstationen wurde ihm die Sendung angezeigt und der entsprechende Code zum Öffnen. Ja, also hin und siehe da, im Fach liegt die Sendung, die hätte schon am Freitag vorhanden sein sollen. Also Tag später. Okay, geht ja noch. Aber gut, kann verstehen, wenn nichts drin ist, warum, dann wundert man sich. Dann würde ich trotzdem auch nicht abwarten. Klar. Er geht also mal davon aus, dass sich der Vater dann wohl wirklich beim Einsortieren vertan hat. Kann passieren. Jetzt hat er natürlich das Geld seitens Amazon schon zurückgehalten, da er aber ein ehrlicher Typ ist. Hat er bei Amazon angerufen und gesagt, dass die Sendung doch aufgekreuzt sind, und er sie dann auch gerne behalten möchte. Die Dame bedankt sich dann auch für seine Ehrlichkeit, sich zu melden, was wohl eher selten der Fall ist. Ja, das glaube ich auch. Man muss sich noch kurz an eine weitere Stelle verbinden lassen, wo er dann sich damit einverstanden erklärt, dass der Betrag nochmals abgebucht wird. Also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht, dass es ging und dass sie es gemacht haben. Aber gut. Gut, wenn wir ehrlich sind, ist Amazon bestimmt einer der letzten Freien, die es nötig haben, dass man ehrlich zu ihnen sein muss. Gerade wenn man bedenkt, wie die oft mit Retourenware umgehen, Stichwort vernichten, statt wiederzuwenden, weil billiger. Aber so hat er wenigstens sein reines Gewissen. Dann ist es ja für dich schön. Ich habe das letzte Mal, dass mir sowas passiert ist, das war auch, DAL hat das Paket hier in Asiapan kommend, das Paket hier in München ist verschütt gegangen. Also wirklich, war weg. Es kam nicht zu mir an, auch nicht hol's ab. Und dann habe ich ein, zwei Wochen warten müssen mit dem Chat. Und die so, ja, müssen warten, dass DAL das freigibt als verloren. Dann haben sie es mir zurückgewiesen. Und drei Wochen später ist das Paket dann wieder doch aufgetaucht. Nicht so, hä, was? Und das war vor allem, das war dann nicht mehr in München, sondern irgendwo in Hessen, glaube ich. Und von da kam es dann hier an, ist geliefert worden. Und da habe ich dann nicht drum gemacht, das habe ich dann weiter verschenkt. Und der gute Diego war dann der glückliche Besitzer des doppelten Spiels, wenn er sich erinnert. Ja. Ich hoffe, dass es Diego war. Ja, müsste schon. Jedenfalls, ja. Zu meiner Aussage, dass ich From sowieso eher als Sony-Zürger Rix sehe, auch wenn sie nicht geschluckt werden, er würde es eigentlich nicht so sehen. Er glaubt, deren Anfänge waren die Kingsfield-Spiele auf der Playstation. Und PC glaubt er auch, ist sich aber nicht mehr sicher. PC ist immer was Eigenständiges. Sony verkauft ja auch Spiele auf PC. Also, naja. Was für ein kleines japanisches Studio damals wahrscheinlich der beste Schritt war, um erfolgreich zu sein, weil dominante Hardware. Die Armored Core-Spiele waren dann wohl der bekanntesten Werk, natürlich auch Playstation-exklusiv bei den ersten Teilen. Aber schon bei der PS2-Xbox-Ära hat man sich ja doch schon breiter aufgestellt mit einigen Xbox-Spielen wie Chromehounds und Otogi. Und mit der HD-Ära erschienen, glaubt er auch, alle Armored Core-Spiele sowohl für PS3 als auch 360. Demon's Souls war zwar PS3-exklusiv, aber damals ein richtiger Nischetitel und sollte ja auch erst gar nicht in den Westen gelangen. Korrekt. Mal von Bloodborne abgesehen, erschienen sonst alle Titel Dark Souls-Reihe Sekiro Elden Ring Multiplattformen. Deswegen würde sie eher schon als normalen Third-Party-Entwickler sehen und nach dem großen Erfolg von Elden Ring werden sie natürlich eine zu große, zu kräftige Marke für Sony. Mal sehen, ob was in die Richtung passiert. Ja, schauen wir mal. Also, ja, weiß ich schon. Aber Tatsache ist, wenn man Leute fragt, fällt dir ein Spiel ein zu From Software vor Elden Ring, wäre es wahrscheinlich Bloodborne gewesen. Und das hat ein Sony-Spiel. Die alten Sachen, die interessieren eh niemanden. Und dann, gut, und irgendwie, ich glaube, gefühlt eben wegen Demon's Souls hat man doch den Eindruck, dass Dark Souls eine Playstation-affinere Marke ist. Wobei das schwer zu sagen ist. Die japanischen Spiele sind ja fast immer Playstation-mäßig relevanter. Chromehounds war von From, habe ich ganz verdrängt. Das war doch Sega, oder? Also, sie haben es entwickelt, aber es kam über Sega und Otogi auch. Gut, das sind, das, ja. Aber gut, ja, natürlich, aber trotzdem, glaube ich, gefühlt wäre es so, eigentlich alle japanischen Marken sind gefühlt eher Sony zu denkbar, zu ordnenbar wie jetzt Microsoft. Einfach, ja. Fragen. Das neue Evil Dead-Spiel kommt jetzt doch ungeschnitten nach Deutschland, nachdem es erst anders sein sollte. Ja, das war ein Kuddelmuddel. Da haben sich auch Leute bei mir beschwert, dass wir ihnen unfieserweise unterstellt hätten, das wäre jetzt aus eigennützigen Gründen so kommuniziert worden. Hat dann sogar mitgeschickt, was die Kommunikation vom deutschen Vertrieb war. Ich kann dir sagen, da steht nichts drin, es kommt definitiv nicht. Es steht, es kommt jetzt erstmal nicht und ob noch was kommt, ist nicht sicher. Das ist dann nicht, wir werden es sicher nicht bringen. Das ist schon mal noch ein Unterschied. Aber egal. Finde ich, es braucht die USK noch oder würde es sich mittlerweile reichen, wenn wir uns in Deutschland dem PEGI-System anschließen? Ja, freilich wird es reichen. Wobei PEGI auch manchmal hat mal höhere Sachen als bei uns. Dass bei PEGI was durchgefallen ist, doch, gibt es, aber ganz selten. Ich würde gerne sagen, Omega Live, nee, Omega Labyrinth Z damals, aber das ist glaube ich nicht bei PEGI durchgefallen, aber in England haben sie es über überruhlt, also überstimmt, so rum. Ich denke schon, aber das wird halt, wobei, soweit ich es im Kopf habe, die USK gibt sich wesentlich mehr Mühe, deswegen kostet es auch entsprechend Geld mehr. Die Sachen wirklich, wirklich korrekt zu spielen und zu schätzen, dass es natürlich absurd ist, wenn man mit mehr Anläufe dann bei verschiedenen Ergebnissen kriegt, da brauchen wir auch nicht rumtun. Aber ja, es wird sicher niemanden stören, plus dann werden die USK-Logos weg, ist auch klar. Aber brauchen tut es nicht, ich meine, aber es tut jetzt grundsätzlich auch nicht weh. Ich meine, wenn immer ein Spiel durchfällt, ich bin mal sehr gespannt, ob es ja bei Dying Light nicht doch nochmal irgendwann einen Versuch, also Dying Light hängt ja wirklich in der Luft, Dying Light 2, jetzt ist es schon vier Monate lang raus, naja, okay, vier ist zu viel, also mindestens drei Monate nicht indiziert worden und ich möchte jetzt nicht glauben, dass das nicht irgendwann mal jemand vorgelegt hat. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Deswegen, das würde ja heißen, es ist nicht indiziert worden und dann müsste es eigentlich eine A18 kriegen und dann könnten sie es nochmal rausbringen, aber kein Schimmer. Ich meine, bei der digitalen Version könnte es dann einfach einen Patch nachschieben und sagen, jetzt habt ihr eure abtrennbaren Gliedmaßen und könnt die Kinder umschlagen. Juppie, es ist nicht teufelig. Keine Ahnung, aber ja. Und jetzt bei Evil Dead, ganz ehrlich, scheiße. Also ich meine, bei Dying Light ist es ja auch, wenn man Retail kaufen will, ist es ja echt egal. Amazon hat das vom ersten Tag an als Peggy verkauft. Dying Light hat mal, Evil Dead hat mal auch bekommen. Klar, wenn man es als Download haben will, dann ist es ein bisschen komplizierter, unumständlich aber egal. Ja, back ich eigentlich noch Kickstarter-Kampagne, beziehungsweise gucke ich noch, ob was interessant ist für mich dabei sein könnte. Ab und zu mal, ich meine meistens immer, also am ehesten, dass es mir über den Weg läuft, zufällig, weil es halt jemand wo gepostet hat oder weil als neues Projekt ist von jemandem, den ich schon mal gebackt hatte oder weil jemand was empfiehlt. Ich habe tatsächlich letztens zwei Bücher, glaube ich, wieder, also eine C64-Musik-Remix-CD von Matt Gray wieder, seine letzte, die er noch macht, hat er jetzt reingeschmissen und ein Buch über 4,60er-Kram. Ja, doch, also wenn ich es dann sehe, dann becke ich schon, wenn es nicht völlig, also eher Bücher und Musik üblicherweise, Spiele normal nicht, da gibt es bergeweise, Scheiß drauf, wenn sie, wenn sie fertig wären, kann man sie so schon auch kaufen. Mir geht ja der Sammelkram vom Arsch vorbei, ich will ja was zu spielen. Normalerweise und dann ist gut. Ja, also ich gucke nicht groß, aber ab und zu schon. Doch. Aber gezielt suchen tue ich eher weniger. Von welcher Konsole hätte ich gerne ein Fullspiel, Spiele Fullset, auch wenn es utopisch klingen mag? Oh, boah. Ihr wisst jetzt ehrlich gesagt keine, weil was will ich mit dem Fullset, wenn da von 80 Cent Rotz sind? Auch bei der Switch, Switch wäre jetzt naheliegend, aber der Switch, ich bin jetzt nicht so motiviert, dass ich mir 800 oder 1000 irgendwelche Indie-Spiele ins Regal stellen muss. Das ist, bei der Evercade ist das Fullset kein Problem, das leiste ich mir dann auch. Es sind ja dann jetzt, momentan gibt es wie viele Module? 28, ja. Dann in, Ende Mai sind es dann 30 und Ende Juli, glaube ich, sind es dann 32. bis Ende des Jahres werden noch mehr ein paar, dann sind wir irgendwo bei 40 ungefähr, nicht ganz. Ja. Vielleicht, vielleicht 3DS, vielleicht Vita, wobei bei Vita bist du dann auch wieder bei diesem jeder dahingerotzte Indie-Scheiß, der noch schnell auf dem Modul gekommen ist, um Geld abzuzocken. Das macht mich echt sauer, auch ein Stück weit. Also ich muss echt sagen, ich, also obwohl, als, als Coolness-Faktor, wobei auch da gibt es ganz viel Schrott, äh, altes Atari 2600, wäre einfach, im Idealfall, die ganzen alten Atari-Dinge im Original-Look und so. Das wäre cool. Das wäre lustig. Ich meine, nicht, dass ich was wirklich, dass ich damit wirklich sinnvoll viel anfangen täte, aber das wäre sehr witzig zum Mist. Netflix laufen ja seit neuestem die Kunden weg, trotzdem soll wohl die nächste Preishöhnung nach den USA nun auch hier kommen. Ich habe keinen, die haben doch erst wieder, oder schon, oder, da. Wo würde meine Schmerzgrenze liegen? Bei welchem Preis würde ich sagen, ohne mich? Also Tatsache ist, bei Netflix teile ich mir aus historischen Gründen einen Account mit jemand, deswegen ist es bezahlbar. Wir haben auch nicht die 4K-Version. Ich meine, ich habe, gab es nur, ich nehme 4K und HDR schon, wenn ich es kriege, wie bei Disney Plus, aber ich zahle sicher nicht extra dafür. Also dafür reicht beim Streaming normales HD, da fällt mir ein, ich habe die 4K-Folge heute noch nicht gesehen, muss ich nachher gleich nachholen. Für normales HD reicht mir da. Deswegen, ich habe jetzt auch keinen, ich bin ja nicht im Kopf, was Netflix so kosten täte, aber ich muss schon sagen, so, was über 10 Euro im Monat geht, finde ich eigentlich eine Frechheit. Dafür schaue ich auch viel zu wenig, aber, weiß ich nicht, ganz ehrlich, ob ich es dann abkündigen täte. Aber 10 Euro, klingt für mich jetzt wie ein ziviler Preis. Disney Plus kostet inzwischen, glaube ich, 90 im Jahr, wenn man es ja sagt. Also zum Beispiel, The Zone habe ich mal mit geliebäugelt, aber es war vor der Preisehöhung. 30 Euro im Monat ist mir echt zu viel. Vor allem, weil ich Fußball kaum noch schaue. Ich habe gestern das Spiel, vorgestern, also am Dienstag, das Champions League Spiel auf Amazon zur Gaudi laufen lassen. Das war ja ein Highlight mit sieben Toren und alles. Und gestern das Frankfurt, wobei Frankfurt mag ich, ich bin kein Fan von Frankfurt, weil die paar Frankfurt Fans, die ich kenne, da sind richtig große Arschlöcher dabei. Und denen darf man eigentlich nichts gönnen. Deswegen dumme Wichser. Aber naja, und der Verein kann ja nicht unbedingt zwingend für alle seine Fans, aber trotzdem. Was soll ich sagen? Aber nicht so für extra quasi die 50 Prozent von dem, was das Ding kostet, geht er auf die Kosten vom Fußball. Und dann, äh. Weil bei Sky muss ich ja mal letztendlich kündigen, bevor mein Abo dann wieder zwei Euro teurer wird. Und vor allem möchte ich den Sky Q dann doch mal irgendwann haben, wenn dann Paramount wirklich mal irgendwann zu uns kommt, zum Beispiel, wenn es dann dabei ist, hätte ich ja was davon. Ähm. Dann ist wieder was anderes. Huströchel. Und, äh. Aber bei Sky kann ich ja sogar dann sagen, dann lasse ich Fußball halt weg. Wobei ich geistgeil, was im Norm, nee, das ist Bundesliga. Ah ja, nee, sie haben ja sonst nichts mehr. Was haben? DFB-Pokal ist, glaube ich, nicht im Bundesliga-Paket. Das ist im Normalen. Also, international haben sie ja gar nichts mehr. Das ist echt krass. Eigentlich. Ähm. Aber gut, für den Restsport kann man ein bisschen was zahlen. Das ist okay, nachdem ich die Formel 1 ja doch wieder anschaue. Tja, so viel zum Thema. Ähm. Ja, da geht es aber bei der Zone halt nicht. Das ist ärgerlich. Das meiste, was ich auf der Zone wahrscheinlich anschauen täte, wäre vielleicht Football. Das kann ich mir zur Not auch noch auf ProSieben geben. Dann muss man sich halt die Ohren zuhalten. Okay. Ist halt so. Oder halt Darts. Und da kommt das meiste tatsächlich auf Sport 1. Und Sport 1 kann man ja netterweise dann immer auch auf YouTube streamen. Und dann hat man die scheiß Werbung nicht. Das ist noch besser. Ähm. Ich habe übrigens am Wochenende die X-Games in Japan zufällig entdeckt, dass die laufen. Zu spät gemerkt. Nur ein bisschen gesehen. also auf ProSiebenFun, was ich ja habe. Eigentlich, also zum einen stört mich, dass sie immer mehr einen Focus-of-the-Street-Wettbewerb legen. Die mag ich nicht besonders, aber die Halfpipe finde ich viel cooler. Und so. Ähm. Und zum anderen ProSiebenFun, da war jetzt nicht der Zatzek als Kommentator, der sonst meistens macht, vielleicht ist der krank oder hatte keine Zeit. Ich weiß nicht. Der hat ja auch Olympia kommentiert und sonst auf Eurosport immer. Das Ganze, wenn da Trendsport kommt oder Extremsport, wie auch immer. Äh. Und der, ich weiß nicht, wer es war und der Experte, gut, den habe ich noch gekannt und der Typ, der immer am Computer steht und dann Tweets vorliest, was ja der Icke beim Football immer macht. Oh Gott. Aber hey, das war so. Und die Regeln haben sie auch geändert jetzt. Es gibt nicht mehr Runs, so die einzeln bewertet werden, sondern irgendwie eine halbe Stunde lang wird immer durchgewechselt und es gibt halt eine Platzierung. Die steht dann dauernd an dem Bild, aber du hast echt keine Ahnung warum und weshalb. Das finde ich saublöd. Das mag dem Geist, dem freigeistigen Trendsport des X-Games näher kommen, aber ich mag halt gerne Ergebnisse, die er auch nachvollziehen kann. Ähm. Oder zumindest halt nachlesen kann. Ich meine, in dem Moment, wo irgendwelche Tricks bewertet werden, ist eh immer alles keine Wissenschaft mehr, sondern immer auch Gefühlssache, siehe auch als Kunstlauf und so. Egal. Also jedenfalls, die sitzen da dran und brabbeln irgendwo vor sich hin, als ob sie alle gerade einen Joint ziehen und irgendwo so, ja, auf einer anderen Sphäre vor sich hin chillen und ein bisschen reden über was auf dem Bildschirm passiert. Und das finde ich kackscheiße. Da bin ich offensichtlich zu alt für und nicht gechillt genug, dass ich es gut finde. Das macht mir, verleidet mir die ganzen X-Games, obwohl ich es ja eigentlich ganz cool fände, aber naja, egal. Was haben wir noch? Mit welcher Konsole, Heimcomputer-Generation habe ich persönlich die schönste Zeit gehabt? Mai. Ähm... Wahrscheinlich halt doch am C64 und dann Amiga, weil einfach da hat man ja so viele Spiele bekommen, man konnte ja so viel spielen. Und da war halt alles noch frisch und jung und man war noch jung und die Sachen waren noch neu und einfallsreich und nicht so gigantomanisch. Ja, von der Neuzeit her wahrscheinlich die PS4 einfach, weil da habe ich doch die meisten Spiele, wollte ich sagen, habe ich vielleicht, da muss ich gerade nachgucken, wo man meine schlaue Liste, ich glaube sogar, das könnte stimmen. Bei der PS4 habe ich dann auch ein bisschen mein Faible für japanische Spiele, erst so wieder, also japanische Rollenspiele und so Quatsch wie Persona eben, was ich vorher mehr oder weniger ignoriert habe die ganze Zeit. Deswegen würde ich wohl sagen PS4, weil es halt auch eine gute, einfach gut war alles, bis auf, dass die Konsole laut ist wie Sau, aber okay. Also lass gucken, PS4 habe ich 470 ungefähr, 360, oh ne, ich habe tatsächlich mehr 360 Spiele wie PS4 Spiele, was mich jetzt persönlich ein bisschen verblüfft, liegt aber auch dran, dass ich zu Zeiten der Xbox 360 alles noch gekauft habe oder halt verpackt im Egal stehen habe, sag ich jetzt mal, sowas interessant war, da gab es ja einfach die digitalen Testmuster noch nicht. Die haben sich da noch nicht etabliert, die kamen erst in der Generation drauf. Das heißt also, dass ich schon die letzten zwei, drei Jahre PS4 sehr viel nicht mehr gekauft habe, weil sie sonst nochmals gekauft hätte. Das kommt natürlich dazu. Okay, aber ja, also ich würde sagen, wahrscheinlich PS4, so generell halt. Dann vielleicht Switch, wobei ich da mehr so die nischigeren Sachen eher mich so mein Metier sind, ja. Ich habe zwar die ganzen Nintendos an, aber spielen durch dann der Neue ja die sonstigen. Aber gut, ja, so ungefähr halt. Ja, sind wir durch quasi, weil hier noch kommt. Ein schönes, gesundes, ruhiges Wonnen, der uns kernigen wünscht, der Tokio. Ich auch. Damit sind wir jetzt auf jeden Fall durch. Gute 50 Minuten wieder, passt ja ganz gut, hat also doch ganz gut hingehaut. Gucken wir mal, wie wird das Wetter so in Mehring. die Tage. Schauen wir mal, Samstag, oh, Samstag 11 mit Regen, Sonntag 13, Regen, Regen, oh, ganze Woche regnet es. 15, 17, 18, 17, 16, 14 und am Sonntag dann erst wieder, Sonntag nächste Woche wieder besser. Also quasi eine Woche voll mit Regen, meistens leichter Regen. Am Mittwoch gibt es aber Gewitterstürme. Uh, na ja gut, ist okay. Kann ich mit Leben, glaube ich. Dann, ja, also, wie schon gesagt, es gibt am Montag ein Fanpost-Unboxing. Es gibt, dann gibt es Eating, Drinking, Eating und am Sonntag gibt es ein kleines Gimmick-Video, habe ich mir spontan aufgenommen, könnt ihr ja sehen. Es ist von einem sehr feinen Spiel, was ich nur wärmstens empfehlen kann, was jetzt die Woche erschienen ist, seht ihr dann auch. Ja, und da ist es möglichst gut hingeschaut. Ich meine, das ist ein Spoiler, wenn man will, aber ein kleiner, Spoiler, nur ein relativ kleiner, der aus dem Zusammenhang gerissen nicht viel, äh, wie soll ich sagen, ausrichtet, schadet. Da habe ich halt, klicken wieder 10 Leute und das war's, aber macht nichts, passt schon. Gut, haben wir es im Endeffekt. Ja, mehr habe ich jetzt nicht, wie immer, nächste Woche, nächstes Bla, bitte Material, entweder bei YouTube in den Kommentaren oder noch sehr viel lieber als E-Mail an bla mit h at kernspieler.de und das Ganze, auch das wie immer, bitte bis Freitag, 18 Uhr, damit ich dann danach anfangen kann. Da ist übrigens der Herr Pixel immer noch nicht wieder da, ist krass. Macht der über zwei Wochen Urlaub. Wahnsinn. Naja, gut, ja, sonst gibt es nicht mehr viel, dann wünsche ich auch ein schönes, gesundes und ruhiges Wochenende, klingt gut und wenn es geht, eine stressfreie nächste Woche und dann würde ich sagen, hören wir uns dann wieder und deswegen bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal.